Moin Freunde, ich hab das Gefühl, es gibt hunderttausend Sachen, die ich euch noch nicht in Overwatch 2 vor dem Release gezeigt hab. Wir haben uns schon so viel angeguckt. Battle Pass, neue Helden, neue Maps. Eine Sache, die wir uns bisher noch nicht angeguckt haben, ist das neue Herausforderungssystem. Und das ist tatsächlich relativ cool, weil ich persönlich es mir relativ lange im Spiel gewünscht habe. So sieht es nämlich so aus, dass künftig wir Aufgaben haben. Und mit diesen Aufgaben leveln wir zum einen den Battle Pass, wir können aber auch neue Titel oder Spielerbilder verdienen. Es ist so ein bisschen wie ein sehr aufgebohrtes Achievement-System, das aber sowohl mit dem Battle Pass funktioniert, wie aber auch eigenständig für diejenigen, die sich gar nicht für den Battle Pass interessieren. Wobei man natürlich sagen sollte, das ist künftig unser Progress. Also sollte man vielleicht nicht komplett unterschätzen. Wir sind hier in den Herausforderungen drin. Und wie man sieht, unterscheiden die sich sowohl in täglich, wie auch wöchentlich, saisonal, die Rangliste. Hinzu kommen Lifetime Rewards und Helden Rewards. Helden Rewards sind hier noch keine drin. Das sind tatsächlich die, wenn ihr in einem Battle Pass, und das ist zumindest meine Info aktuell, nicht den aktuellen Helden freischaltet, wie jetzt zum Beispiel im Moment an Kiriko, dann wird hier später eine Heldenherausforderung für Kiriko erscheinen, wo ihr diverse Aufgaben erfüllen müsst, um sie freizuschalten. Also wer in Season 1 Kiriko verpasst, muss keine Angst haben. Ihr werdet sie später freischalten können. Ja, jetzt ganz wichtig, wir gucken uns die ganzen Challenges mal an. Zum einen gibt es hier am Rand diesen, ja wie sage ich es, diesen Timer, der uns quasi drei tägliche Aufgaben gibt. Also wenn man drei tägliche Aufgaben aus dieser Liste hier abschließt, dann bekommt man theoretisch, ja insgesamt 9000 Battle Pass EP, was glaube ich ganz cool ist auf der einen Seite. Man sieht hier, im Battle Pass für Stufe 2 braucht man circa 10.000. Also das heißt, obwohl, wenn man drei Aufgaben abgeschlossen hat, hat man noch nicht unbedingt eine Stufe erreicht. Aber tägliche Herausforderungen sind so Sachen wie, gewinne ein Spiel, schließe drei Spiele mit der Rollenwahl, alle Rollen ab, spiele drei Spiele im ungewerteten Modus, heile 1500 Schaden ohne zu sterben, erziele Eliminierung und begrüße einen Teammitglied mit dem Emote Hallo. Diese Sachen werden täglich auch durchwechseln. Es wird nicht immer das Gleiche sein. Ja, soviel zu den täglichen Herausforderungen. Wechseln wir mal zu den wöchentlichen und diese bringen dann jeweils auch noch extra Battle Pass EP. Auch hier gilt, wenn man pro Woche elf Herausforderungen abschließt von diesen wöchentlichen, bekommt man Münzen und das ist Premium-Währung. Das heißt, man kann pro Woche circa 50 Münzen verdienen. Wer also jede Woche seine Weeklys abschließt, verdient pro Season 540 Coins. 60 pro Woche. Der Premium-Battle Pass kostet auf der anderen Seite 1000 Coins. Das heißt, man kann sich alle zwei Seasons gratis einen Battle Pass nur durchs reine Spielen von Overwatch 2 refinanzieren. Ohne irgendwelche Voraussetzungen wie, man braucht einen Battle Pass, weil da sind ja keine Coins enthalten. Dadurch, dass neue Helden jedoch nur alle zwei Seasons veröffentlicht werden, könnte man also theoretisch jeden Battle Pass mit einem Helden durchs reine Spielen von Overwatch verdienen. Wöchentliche Herausforderungen auf der anderen Seite sehen so aus, dass man zum Beispiel zehn Spiele gewinnen soll, zehn Spiele mit der Rollenball alle rollen, 20 ungewertete Spiele oder Ranglistenspiele, sieben Matches in Arcade spielen, zehn Spiele mit verschiedenen Rollenspielen, hier ist zum Beispiel 125.000 Schaden machen, 40.000 Schaden, hier ist das mit Heile 65.000 Schaden, schließe sieben Spiele als Helden ab, die nicht zu deinen drei meistgespielten Helden sind. Das ist auch ganz interessant, das heißt, das Spiel bringt dich ein bisschen dazu, zumindest ein bisschen über den Teller ranzuschauen. Wir haben Eliminierung und Teamkills. Also ich glaube, das sind machbare Aufgaben. Natürlich, diese Sachen werden ein bisschen länger dauern, aber dafür sind es halt auch wöchentliche Herausforderungen, die man nicht innerhalb von einer Stunde wahrscheinlich schaffen soll. Als Belohnung für diese Sachen gibt es dann jeweils Battle Pass EP. Das heißt, jeweils 5000 pro Woche ändert sich ja auch eine ganze Menge hin, ja, zusammen, sagen wir es mal so. Dann kommen wir zu den saisonalen Sachen. Und auch hier gibt es als Belohnung Battle Pass EP und das nicht wenig. Das gilt für die komplette Season 1. Hier sind so Sachen drin, wie Spiele 3 spielen, Circuit Royale, Erziele 5 Eliminierungen vom Balkon auf Circuit Royale. Das ist natürlich dann schon etwas spezifischer. Hier haben wir es theoretisch. Und das sind ein paar Map-Sachen, die man holen soll. Gewinne 3 Spiele auf Esperanza. Aber für diese Sachen, man sieht es ja hier oben auch, hat man 72 Tage Zeit. Natürlich könnte es dafür sorgen, dass in diesem Match zum Beispiel Leute immer diesen Balkon nutzen, auch wenn die da eigentlich nicht draufgehen sollen. Aber ich glaube, das sind Sachen, ja. Also, ich glaube nicht, dass es unmachbare Sachen sind, die Blizzard uns hier entgegenbringt. Hier ist zum Beispiel Highlights Kiriko in 5 Matches einem verletzten Verbündeten nach dem Einsatz von schneller Wind durch eine Wand. Das ist tatsächlich dann eine heldenspezifische Sache. Ich wusste nur, dass Blizzard sowas eigentlich nicht nutzen wollte. Kann aber daran liegen, dass man einfach auch die neuen Helden ein bisschen testen soll und sich dann auch ein bisschen angucken soll, wie die funktionieren. Weil wir sehen hier sowohl Kiriko, wie auch Junker Queen und Sojourn. Encomo Risas ultimative Fähigkeit, das ist schon wieder ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ja, eigentlich, also das ist zumindest das, ich sehe hier gerade sehr viele heldenspezifische Sachen und ich habe euch gerade noch gesagt, das sollte es nicht geben und das war auch eigentlich das, was Blizzard uns gesagt hat. Das überrascht mich jetzt hier ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal irgendwas davon nicht schafft, es sind halt in Anführungszeichen nur 500 Battle Pass EP. Aber ich kann hier auch noch keine wirkliche Meinung zu haben, weil diese ganzen Aufgaben können wir aktuell kaum machen, weil das Ranglistensachen sind und sowas. Und wir haben alles Custom Lobbys gespielt und wie man hier sieht, die meisten Herausforderungen können nicht im benutzerdefinierten Spiel oder Training gegen die KI abgeschlossen werden. Gut, bei der Rangliste sieht es so aus, dass wir auf der einen Seite hier ein paar extra Belohnungen kriegen. Also zum einen sieht man, hier sind die ganzen Ränge drin, Bronze, Silber, Gold und so weiter. Und vermutlich gab es mittlerweile auch ein extra Video zu kommen, 2.0. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, habe ich diese ganzen Ranglisten-Infos noch nicht. Deswegen versuchen wir uns einfach hier an dieser Seite zu orientieren. Hier sind nämlich Sachen drin, die teilweise echt schwer sind und auch Zeit brauchen, zum Beispiel 750 Spiele im Ranglisten-Modus zu gewinnen. Und einige Sachen auch saisonal. Also man sieht ja hier Ende von Season 1, Ränge zu holen. Oder hier ist zum Beispiel ein Achievement oder eine Herausforderung, dass man überhaupt erst mal 50 Spiele schaffen soll, um die Rangliste freizuschalten. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung. Das Besondere ist, man sieht hier seine Rangpunkte, die man bekommt. Und hinzu kommt, dass es dann auch noch Spielertitel gibt. Wie zum Beispiel, nachdem man 750 Spiele gewonnen hat, kann man routinierter Teilnehmer bekommen. Wenn man Top 500 erreicht, bekommt man den Spielertitel Herausforderer der Top 500 oder Großmeister-Herausforderer oder Meister-Herausforderer. Das finde ich ganz cool, dass es ein paar Titel fürs eigene Profil gibt. So, dann kommen wir zu den Lifetime Awards. Und auch hier gibt es Battlefield, äh, Battlefield. Auch hier gibt es Battle Pass EP für so Sachen wie, naja, erster Sieg als Tank oder erster Sieg als DPS. Ich zeige diese, ich gehe diese ganzen Sachen mal durch. Das heißt, ich lese jetzt nicht alles vor, aber schaut euch die Sachen gerne an. Ähm, bei den Titeln können wir mal kurz reingucken. Das sind meist die gleichen Sachen, was auch hier drüber steht. Das heißt, wenn du 1750 Spiele in einem beliebigen Modus gewinnst, dann bekommst du halt den Spielertitel fürs Profil da oben. Ähm, unerbittlicher Held oder Assassine oder Allstar ähm, oder Gestaltwandler. Das sind alles so Sachen, die man dadurch freischaltet. Ich weiß nicht, ob das so rückwirkend auf Overwatch 1 auch gilt oder ob man das jetzt wirklich mit einem Clean Cut machen soll, weil für mich wurde es hier nicht angerechnet. Das kann jetzt ein Fehler sein, aber ich gehe davon aus, dass tatsächlich, dass man sich diese 1750 Spiele jetzt wirklich noch verdienen muss. Bei einigen Sachen sind dann auch ein paar Icons dahinter, wie zum Beispiel, ähm, hier ist es Sojourn-Icon oder, ähm, das Junker-Queen-Icon. Auch das finde ich ganz cool, wenn man solche Sachen freischaltet. Ja, und das ist im Grunde genommen alles, wie das Challenge-System funktioniert. Die täglichen sollte man versuchen, täglich zu machen, alleine für die Battle Pass-EP. Die wöchentlichen sind, ich glaube, es ist machbar, in einer Woche elf Herausforderungen zu machen, selbst wenn man nur eine Stunde oder zwei spielt. Ähm, Saison-Herausforderungen variieren halt durch. Ähm, die Ranglisten-Sachen werden natürlich zurückgesetzt am Ende jeder Season und die Lifetime-Achievements da arbeitet man allgemein dran. Es ist sehr cool und ich freue mich sehr darüber, dass diese Sachen drin sind und, ja, das war's für dieses Video, Leute. Ihr wisst jetzt, wie die Herausforderungen funktionieren und, ähm, sagt ihr mir gerne mal in den Kommentaren, wie es euch gefällt. Bis zum nächsten Mal.